Warum schicken Frauen Nudes? Die Psychologie dahinter, warum Frauen von sich Nudes schicken. Wir reden hier von Nacktfotos tatsächlich. Warum schicken Frauen eigentlich Nacktfotos an andere Männer? Was bewegt sie dazu und vor allem, was ist die Psychologie dahinter? Du schreibst mit einer Frau, die du frisch irgendwo kennengelernt hast und irgendwie macht sie dich einfach heiß. Du hast sie kennengelernt, sie sieht mega gut aus und du würdest gerne mehr von ihr sehen. Was ganz normales. Aber wie kriegst du sie dazu? Was sind die Gründe dafür, dass sie dir dann auch irgendwas von sich schickt? Warum machen Frauen das eigentlich? Und vor allem, wann machen sie es auch nicht? Das sind Dinge, die ich dir in diesem Video verraten werde. Mein Name ist Marco Mitrovic. Ich bin professioneller Flirt- und Datingcoach. Und auf diesem Kanal lernst du, wie du Frauen im Daygame, Nightgame und Onlinegame kennenlernst, sie danach verführst und dann auch zu deiner Freundin machst. Es gibt Dinge, die ich auf diesem Kanal nicht sagen kann. Und wenn du die Tricks hinter den Tricks erfahren möchtest, wenn du die wahren Geheimnisse von mir erfahren möchtest, die wirklich richtig, richtig gut funktionieren und einfach mal mit mir sprechen möchtest, dann trag dich doch mal auf meiner Webseite flirtempire.com für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Ich werde dir jetzt sieben Gründe nennen, warum Frauen Nacktfotos von sich schicken. Das sind die häufigsten Gründe. Es gibt sicherlich noch mehr. Aber das sind so die häufigsten Gründe. Und wenn du die kennst, dann kannst du vielleicht so einen Grund auch künstlich erstellen möglicherweise. Oder damit spielen, weil du weißt, eventuell würde sie es dann tun. Und nicht jede Frau würde aus all den Gründen irgendwie Nude schicken, sondern oft ist es so, dass Frauen aus einem oder vielleicht zwei Gründen Nude schicken. Und du musst herausfinden, welcher von diesen sieben Gründen sie am meisten motiviert ist zu tun. Und dann kannst du deine Handlung, dein Textgame daran auch perfekt anpassen. Punkt Nummer eins. Und das ist auch ein sehr häufiger Grund. Sie will dir einfach gefallen. Es ist einfach so, sie mag dich und sie möchte einfach Pluspunkte bei dir sammeln. Vielleicht, weil sie von dir auch denkt, dass du irgendwie krasser bist als sie. Dass du hübscher bist als sie. Was auch immer, was Frauen einfach so denken. Sie denkt sich, ey, das ist wirklich ein krasser Typ. Ich will ihm einfach gefallen. Und vor allem, ich will, dass ich ihm wirklich gefalle. Aus seiner Perspektive. Du musst es dir aus der Perspektive der Frau vorstellen. Sie möchte, dass sie dir gefällt. Sie will, dass du sagst, wow, du bist so hübsch. Und genau das ist der Grund, warum sie es dann schickt. Grund Nummer zwei. Sie will dich manipulieren. Das sind Frauen, die sind so ein bisschen kälter. Nicht ganz so positiv, emotional gestimmt, will ich mal sagen. Sie benutzen vielleicht die Taktik, dir Newt zu schicken, um irgendwas von dir zu bekommen. Das tun Frauen auch häufig. Vor allem Richtung Sugar Daddy gedacht. Richtung, sie bekommt irgendwie Social Proof Benefits durch dich zum Beispiel. Sie hat dir ein Unterwäschefoto geschickt und du nimmst sie dafür irgendwo hin mit. Auf eine Gala, auf eine Party oder so. Frauen tun sowas. Warum? Weil sie dazugehören möchten und prostituieren sich dann halt einfach selbst, indem sie Newt von sich schicken, um irgendwas anderes dafür zu bekommen. Und deshalb manipulieren sie dich, indem sie dir Newt schicken, um etwas von dir zu bekommen. Das musst du wissen. So etwas kann man dann natürlich auch reverse-engineeren im Endeffekt. Wenn du weißt, okay, sie macht es dafür, dass sie was kriegt, dann kannst du dir auch überlegen, was du ihr dafür anbieten kannst, dafür, dass sie dir solche Sachen schickt. Grund drei. Sie will dich nicht verlieren. Sie hat Angst, dich zu verlieren. Sie merkt, ey, du slipst dir irgendwie wie Sand durch die Finger so. Irgendwas ist im Busch. Ihr entfernt euch immer weiter voneinander. Und um das Feuer vielleicht noch ein letztes Mal anzufachen, hat sie irgendwie schöne Fotos für dich gemacht, damit du sie vielleicht auch nicht vergisst. Was auch immer die Gründe sind, die sie sich in dem Moment einfach gedacht hat, sie hat es gemacht, um dich nicht zu verlieren. Bei so Sachen würde ich einfach immer aufpassen. Also jetzt den Grund würde ich jetzt nicht unbedingt ausnutzen als Mann. Davon distanziere ich mich auch einfach. Das sind so negative, manipulative Sachen. Ich sage nur in diesem Video, dass es das gibt, aber ich sage nicht, dass du das jetzt ausnutzen sollst, weil eine Frau irgendwie Verlustängste im Zusammenhang mit dir hat und dass du das dann ausnutzen solltest, das solltest du auf gar keinen Fall tun. Aber den Grund gibt es halt auch. Aus dem Grund schicken Frauen eben auch heiße Fotos von sich. Grund vier. Sie ist eifersüchtig und will besser sein als andere. Sie hat irgendwie mitbekommen, hey, deine Ex-Freundin hat dir so Sachen geschickt und du hast vielleicht Porno mit der gedreht oder du folgst irgendwie einer auf Onlyfans oder auf Instagram und die postet heiße Fotos von sich und deine Freundin wird einfach eifersüchtig. Sie wird einfach eifersüchtig. Oder die Frau, mit der du gerade schreibst, sie wird einfach todeseifersüchtig und will besser sein als die andere. Und aus dem Grund macht sie noch heißere Bilder von sich und versucht dich darüber an Land zu ziehen. Das ist was, wo ich sagen würde, puh, das ist schon ziemlich impressive. Wenn du eine Frau hast, die so kompetitiv drauf ist, die so einen Schritt geht, einfach um besser als andere zu sein. Bro, das ist wife-material. Was auf der anderen Seite vielleicht kein wife-material ist, ist eine Frau, die Grund 5 als Grund sieht, die Nudes zu schicken. Und zwar für sie ist das was ganz Normales. Sie schickt das einfach jedem. Für sie ist das einfach so, hey, ja okay, der hat danach gefragt, was möchtest du denn haben? Ja, ich schaue mal in meinem Katalog hier bitte. Arsch, titten, was auch immer du eben haben willst. Ach, du willst ein Video? Ja, gar kein Problem. Mit Spielzeug, ohne Spielzeug, habe ich alles parat. Wenn du so eine Frau am Start hast, würde ich mir Gedanken machen, Bro. Du bist vielleicht nicht der Einzige, der so Sachen von ihr kriegt. Für Spaß sicherlich super cool. Will ich gar nicht irgendwie verurteilen. Wife-material? Eher weniger. Grund 6. Sie steht selbst auf Nudes. Sie folgt selbst irgendwelchen Onlyfans, Stars, schaut Pornos in diese Richtung, verfolgt irgendwelche Stars und Sternchen online einfach oder ganz normale Amateure oder ist selbst vielleicht einer. Sie steht einfach drauf. Warum nicht? Vielleicht masturbiert sie einfach auch selbst zu solchen Sachen und versteht dich einfach vollkommen. Viele Frauen, die so eine ausgeprägt männliche Seite haben, fallen in diese Kategorie. Die sehen das einfach ein bisschen lockerer. Nicht wie die vorherige Kategorie, das ist was ganz Normales. Ich schicke jeden einfach Nudes von mir, ohne drüber nachzudenken, sondern einfach, hey, ich verstehe dich, wir sind da auf einer Ebene. Ich stehe drauf, du stehst drauf. Ich will dafür aber auch was zurückhaben. So ein Mindset haben die dann eher. Und mit denen kannst du dann coole Deals machen. Mit denen kannst du cool darum spielen. Kannst du sagen, Angebote machen, so ein Bild von mir von hinten nackt für ein Bild von dir von hinten nackt. Einfach so kleine Deals, ja. Und die gehen dann darauf ein. Und ja, finde ich spielerisch gesehen mega nice, ehrlich gesagt. Und Grund Nummer sieben. In die Kategorie falle ich so von der anderen Seite, weil die meisten Frauen, von denen ich Nudes bekommen habe, in der Vergangenheit fallen in diese Kategorie. Normalerweise machen die es nicht. Aber du hast sehr, 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 sehr gut danach gefragt. Du hast das Ganze wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Du hast diese ganze Sache schon von Anfang an mega gut geframed. Du hast keine Fehler in deiner Kommunikation gemacht. Du hast sie dazu gebracht, einfach entspannt zu sein und dir zu vertrauen. Und nicht auf irgendeine böse Art und Weise, sodass du das ausnutzt, sondern du hast sie einfach dahin verführt, es zu wollen. Sie will es jetzt wirklich von sich selbst austun, obwohl sie das vorher vielleicht nicht wollte. Und das ist der Punkt, wenn du wirklich sehr, sehr gut danach gefragt hast. Das ist so eine Sache, da muss man einfach selber Interesse dafür haben. Ich weiß aus Erfahrung, es gibt viele Typen, die einfach kein Interesse an Nacktfotos haben. Die interessiert das einfach nicht. Das ist für die einfach nicht unturnend. Und die hatten noch nie so ein Verhältnis zu einer Frau. Die würden auch eine Frau nie danach fragen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder hat so seinen eigenen Vorlieben und jeder hat so seinen eigenen Standpunkt dazu. Aber es gibt halt natürlich auch Leute, die darauf stehen. Und das ist was ganz Normales. Und das sollte man auch nicht verurteilen. Genauso wenig sollte man Frauen verurteilen, die sowas dann auch mitmachen. Ich weiß, dass viele Frauen unter solchen Videos dann auch kommentieren, so, ja, was sind das für Bitches, die dir solche Sachen schicken und so. Eine Frau, die sowas tut und andere Frauen verurteilt, die ist doch mindestens genauso schlimm. Was soll denn das, ja? Seid doch mal ein bisschen offener. Seid mal ein bisschen lockerer unterwegs. So, habt doch einfach mal euren Spaß. Und weißt du, wer wirklich nie Nudes bekommt und nie Spaß an der Sache hat und andere immer verurteilt? Leute, die den Like-Button unter diesem Video nicht gedrückt haben. Also sei keiner von denen und smash jetzt einmal den Like-Button unter diesem Video. Und jetzt ein kurzer Tipp, wie du jetzt weitermachen kannst. Schau dir mal dieses Video an. Das ist ein Sexting-Beispiel, was ich auf YouTube hochgeladen habe, in dem ich eine Frau, die ich gerade frisch kennengelernt habe im Online-Game innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit dazu gebracht habe, mir solche Bilder und Videos auch zu schicken. Das ist ein echtes Beispiel. Und da kannst du einfach mal sehen, wie ich sowas dann aufbaue und wie sowas aussieht, wenn du wirklich von Anfang an perfekt mit jemandem schreibst. Wir sehen uns jetzt in diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Peace! Peace! Peace!